Geht weiter! Bei Zero of Mana. Wir hoffen's! Also wir wissen's. Vergessen, dass du ihnen es licht. Ja, damit ihr auch seht, wo das ist, ey. Unsere Beschwerden, dass ihr nicht das nachspielen könnt, so genau wie wir. Wir gucken mal, ob das nicht asynchron ist, sonst seht ihr diese Aufnahme sowieso nicht. Ja. Ich seh nix. Ich bin jetzt hier oben bei so einem... Ja, ja, bei so einem John Cena-Fee. Ja, und du bist, äh, kämpfst gegen den Ritter. Vielleicht mag unser Spiel ja doch jetzt. Ja, das sieht ganz gut aus. Ich weiß nicht, was da los war. Der heilt sich jetzt. Ja, der heilt sich gerade, richtig. Der Todesritter da. Hey! Oh! Er spammt das. Er ist ein Licht, ne? Ja, richtig, ja. Muss ja sein. Das zieht viel ab. Auf dich, ey. Mit so einem Dämonen-Zeichen da. What the? Gut. Äh! Lass uns da reingehen. Ne, lass mal links rein. Okay. Ich seh keine Pakusi-Babys. Was für Wege? Pakusi-Babys. Ah. Ach, die kleinen. Wir wollten eigentlich erst Civilization aufnehmen, wenn das nicht funktioniert. Aber? Jetzt funktioniert sie anscheinend, deswegen nimmt das auf. Anscheinend. Aber Civilization wird auch noch kommen. Keiner kann sich davor wehren. Uh! Na, ich kann keine Stärken skillen, dann skillle ich mal meinen Geist. Zack, ey. Ein geschärfter Geist ist wichtig. Ne, nicht deiner. Okay. Glaube ich zumindest, ich weiß es nicht genau mehr. Quallen! Qualis! Soßer Quallen. Flash haben die drauf, ey. Oh nein, wir sind alle gezappelt! Jetzt nicht mehr. Oh, Truhe. Echt? War dann so? Kennt ihr den, wie ich noch? Ne, mich aber ich glaub, es ging dir lang. Bis jetzt, äh, weiß ich ja noch nicht. Ey, den ziehen wir, den ziehen wir, ey. Ich heil mal. Ja, mach mal. Ach, so, ich weiß es nicht. Preni, sauber Preni. Mit seinem Gefühl. Kannst du ja doch was, Preni. Zieht zwölf ab. Geil, ey. Zehn Stunden später, ey. Wir kloppen noch mal so einen scheiß verfickten Mob ein. Ich glaub, du kommst auch dran, oder? Ich komm da nicht dran. Kommst halt dran. Ja, okay. Siehst du? Es sind Erfassungspunkte gratis. 300? Ja. Das ist nicht wenig? Das ist überhaupt nicht wenig. Ey, hier haben sie alle einmal reingepackt. Oh, Licht klinge. Das ist nicht gut. Ja, der Zaun ist ein bisschen leise. Ey, jetzt kommt nicht so. Ach, mir doch egal, ey. Weißt du? Das ist viel wichtiger, als was wir reden. Spielshaun ist neben Sache. Ja, Supersternattacke. Du bist bei mir ruckelt. Ja. So krasse Effekte. Stirb, äh, John Cena. So, ich gehe. Oh, schu. Du bist so schnell immer. Ja, ist es. Konfustanz, ey. Was ist denn hier los? Ja, du bist jetzt konfust. Ich nicht, ey. Ich bin doch klar bei Verstand, ey. Jetzt sind wir alle gezappelt. Haben wir Zappler-Gürtel? Wir haben einen Zappler. Hammer, ey. Das ist ein Schrumpfhammer, scheiße. Das ist ein Schrumpfhammer. Wer kann denn heilen? Kann jemand heilen? Ich kann heilen. Ja, Mama. Also mich kann ich heilen. Nö, kann ich nicht. Heikraut. Ja, ja, muss ja. Nicht Preni. Wieso nicht? Weil er unfähigste ist. Ach. Sag ich, ach, ey, ist auch so. Ich werde erstmal wieder die göttliche Stärke herbeirufen und Preni rennen. Ja, aber, weiße. Bisschen Challenge, oder? Wir benutzen ja bei den Bossen schon so viel Magie. Was ja nicht anders möglich ist, sagen wir mal so. Ja, das stimmt. Oh, nee. Auf dich, ey. Tod bin ich. Du bist tot, ja. Dann töten wir den jetzt eben und dann heile ich dich. Wenn ich das schaffe. Du willst gerade was ausführen? Ja. Hä? So. Heil mal. Hier, Heilung. Geil, ey, dass es wieder läuft. Auf einmal. Mhm. Oh, ich weiß jetzt nicht, oben oder rechts müssen wir lang. Außen nichts, ey. Außen nichts. Ja. Ich würde vorschlagen, nach oben. Es gibt so viele Wege hier. Da spiele ich so umfangreich. Ja. Ja, ich aber nicht, ey. Mach mal Foto, ey. Oh, Mama-Potos. Die machen einen Schaden bei mir. Ich lach mich aus, ey. Sind halt nur Mama-Potos. Oh, scheiße. Jetzt dreht sich voll am Rad. Ich hab sie ausgelacht. Big Mama. Big Mamas Haus. Ja. Martin Lawrence. Gott, ey. Er hat auch schon mal beste Filme gemacht. Ich hab nur den ersten gesehen, da gibt's aber, glaub ich, mehrere von. Der Diamantenkopf. Ey, der ist geil, ey. Den guck ich gerne in den Diamantenkopf. Bad Boys. Bad Boys. Warte. Zwei Tafeln sind aber an zu linken, das Licht zu rechten. Hm. Bestimmt Dunkelheit oder so. Ja, ja. Ey, das sind aber viele Okays. Ich liebe Pfeile. Zack. Ich heile uns mal alle. Na gut. Das dauert natürlich jetzt ein bisschen. Aber bald, ey, bald. Wann können wir uns nicht mal wieder aufsteigen? Äh, 35, glaub ich, oder 35. Mit dem Item noch dazu, oder? Ja. Welches man schon bekommen kann, aber das... Durchsachen machen wir es offscreen, weil... Ja. Wir brauchen ja maximal sechs Samen dann. Ach, du Scheiße. Was wirst du tun? Was? Nichts. Oh. Was wirst du tun? Du hörst rauschendes Wasser. Geil. Ist das Wasser jetzt weg, oder was? Guck mal, jetzt sind wir hier. Da, wo reingehen wolltest. Ah, geil, ey. Du hast volle Ahnung. Ja, stimmt. Ich hab das echt noch gut in den Änderungen. Ah. Hätte ich nicht gedacht. Richtig geil. Und jetzt müssen wir jetzt hier nach oben. Nach oben? Ja. Was war das denn mit dem Wasser? Was hat das denn damit zu tun gehabt? Da oben ist jetzt ein Raum, wo eigentlich viel Wasser war. Da konnten wir nicht weiter. Und dann aber jetzt ist es weg. Ah, bei dem wir noch nicht gelernt haben zu schwimmen. Mhm. Zu tauchen. Tauchen, ey. Zack. Und werde ich jetzt bald, oder bin ich schon Paladin? Weiß ich gar nicht. Ich bin, glaube ich, Paladin. Was willst du? Bin ich Paladin als Klasse? Ich weiß es gar nicht. Weiß ich nicht. Jetzt noch nicht, glaube ich. Weiß ich auch nicht. Jetzt bist du doch, äh, ne. Ritter bin ich, Ritter. Ritter, ja. Paladin werde ich danach, dann. Ja. Ey, geil. Hier muss jetzt noch eine Statue kommen. Ne, noch nicht. Paladin, ey, beste Klasse. Ja. Ein rechtschaffender Kämpfer. Oh, hier kommt der Boss. Äh, dann noch nicht. Ja, dann heil uns. Ja, andere Richtung erst mal. Die andere Richtung. Der andere Gang hier. Wegen heilen, meinst du? Ja. Junge, ist doch klar. Ja. Ja. Ey, wir sind echt schon elf Stunden oder noch mehr, was das war. Geht aber noch. Elf Stunden und der andere Spielstamm war elf Stunden sechsunddreißig. Das funktioniert aber nicht. Sind wir krass, ey. Hä? Ich glaube, der andere Spielstamm dauert länger als der, den wir jetzt haben. Das ist seltsam. Was ist das denn für ein Vieh, ey? Das ist ein Auge. Ich hasse Augen, ey. Stimmt, damit kann man ja sehen. Ich meine als Gegner. Achso! Das erklärt alles, ey. Nur der kriegt aber ordentlich Schaden. Ja, der hat auch nichts drauf. Aber jetzt Magie-Schild. Scheiß auf Magie, ey. Aber er interessiert uns nicht. Meine Klinge wird ihn töten. Kriegt trotzdem noch Schaden da. Wieso geht er auf dich, ey? Ja, auf den Stärksten zuerst? Hm, weil Prinny gesagt hat, den meisten Schaden macht mit den Zaubern. Nein. Ja. Der weiß, dass ich heilen kann. Das heißt, ich bin der Wichtigste in der Gruppe. Ja, nicht, dass wir auch Bonbons, Schokolade und Honig hätten. Wir glauben an dem Licht, was ich habe, weißt du. Der ist stärker als jede Höllen-Aura und Bonbon, das es gibt. So musst du das sehen. Du weißt, das ist das Licht Gottes-Biest hier. Ja, deswegen, ja. Ja, deswegen geht er auf seine eigene Leue, ja. Ey, weil Licht ist stärker als ne? Ja, neidisch ist er. Ich bin nicht neidisch. Nein, ich meine, das ist... Der, ja, der auf jeden Fall. Der ist super neidisch. Der hält ja, der kann ja auch gar nix, ey. Der ist ja... Ja, der macht später noch voll die Light-Show. Mit so einem Mega-Beam aus seinem Auge. Da kann ja nichts mehr Schlimmes kommen danach. Was kommt denn da? Wir haben wie viele Gottes-Biesten müssen wir denn noch machen? Zwei oder drei? Drei. Erde? Erde und Mond. Mond und... Was noch? Das war's. Die beiden nur noch danach? Ey, geil! Geil! Muss ich Moritz sagen. Schon lange nicht mehr. Jetzt musste er ja mal wieder gebracht werden. Er guckt das ja sowieso nicht. Er guckt ja keine Videos. Also, nimm niemals was auf, wo Moritz dabei ist, irgendwie in dem LP oder so. Er guckt das sowieso nicht, das ist egal. Ich könnte jetzt auch irgendwas sagen zu ihm, er guckt das hier sowieso nicht. Moritz, du stinkst, du kleiner Junge. Und so auf, wenn man zu rauchen, ey. Ich denke, das ist gut. Er hat die Lichtlinge gegeben, also er hofft, das aufzuballern. Ach, weil er ein Lichtmonster ist. Richtig. Was mach ich denn jetzt? Tja, keine Ahnung. Jetzt bist du useless. Ich heile einfach. Heile ihn, ey, am besten. Ja! Nochmal von vorne. Oh! Oh, da kommt es! Todessternstrahl. Oh, Zapfis! Geil, ey! Oh, fuck. Ey, sag doch, das macht Schaden. Oktoberfest hat begonnen. Ja. Ich bin da. Das Video kommt hoch, sag ich mal Ostern. Ja. Freut euch. Ich komm nicht ins Menü. Wie kann ich mich... Welche Taste war das nochmal? X. Da bin ich einfach zu langsam, ja. Ja, ich geb mir mal schnelle Heilung, ja. Weil sonst sterb ich. Mach, was du willst. Boah, Sekord. Sekordzeit, ey. Ja, ich geb jetzt einmal hier schnelle Schokolade rum. Und dich heile ich. Ja. Ich darf ja nicht mehr angraben. Wann ist denn meine Lichtklinge wieder weg? Was weiß ich. Na gut. Kannst du aber ausprobieren. Okay. Hat sie jetzt gezaubert oder nicht? Hat sie nicht. Hat er nicht. Och, schau. Prinni. Prinices. Ich hab mich geil. Schaden. Ja. Also Oktoberfest, Leute. Wenn ihr mich seht, ey. Könnt ihr Hallo sagen. Ist das geil. Was ist das denn jetzt? Vielleicht geht deine Lichtklinge weg. Einfach mal ausprobieren. Was hast du denn auf mich gezaubert? Was war das? Na, diese Blatt... Also nicht Heilkraut, sondern die Sandstraße. Ich komm nicht mal zum Angreifen, ey. So schnell... Prinidi mit dem... Ah ja, ist weg. Ne, ist nicht weg. Ne, ich hab... Wer hat sich nicht geheilt. Siehste? Oh shit. Geil. Hey, for free. Wie viel Leben haben die denn? Viel. Dann kommen jetzt die zwei schwierigsten noch, oder? Ja, ich würd sagen, wir machen Mond erstmal und dann Erde. Auf Mond freu ich mich. Den kenn ich nur aus dem Video. Oh, oh. Bubblegum. Aber das war aber... Megaschaden. Der soll mal lieber nach Hause gehen und noch ein bisschen trainieren, ey. Ja. Ins Auge, ey. Ins Auge, ey. So ein Zahnstacher ins Auge. Ich explodet, ey. Bestes Video. Oh, wir sind gezappelt. Ey, heil uns. Du bist gesagt, dann. Ach so. Ich heil uns erstmal. Ja, mach das. Ey, was für miese Tricks von dem, ey. Ja, das ist das einzig Nervige, glaube ich. Mehr hat er nicht drauf. Prinny wird mit dem Bomber abgeschweißt, ey. Ähm. Ah, das ist aber jetzt nervig. Das ist richtig nervig. Besonders, dass das auch noch dann so viel Schaden macht. Ich hab das auf Prinny gemacht, ich depp. Passiert. Ja, wir haben jetzt aber nicht mehr viel. Wir haben auch noch dieses andere Kraut. Ach so, das hebt auch Magieveränderungen auf. Ja, ja. Trifft das noch? Ich weiß es nicht. Mal schauen. Ne. Aber du hast es wahrscheinlich dann noch. Aber das trifft, glaube ich. Weil das die Magie ist. Nö. Obwohl, jetzt vielleicht, jetzt kriegt er vielleicht einen Schaden. Der hat einen Schaden, ey, der halt. Was ist das? Was ist denn? Verdammt, mach mal das auch, ey. Er teleportiert sich. Ich hasse das auch. Wuuu. Ey, so viel Schaden und er steht immer noch. Nicht länger. Er weiß einfach, wer krass ist. Er weiß, du hältst gut, ey. Was ist das denn, ey? Der Zorn ist Licht. Abageddon, ey. Okay, das war jetzt nicht so viel Schaden. Aber ich halte uns trotzdem mal hoch, damit wir auf vollem Leben bleiben. Ist es besser, weiße? Ja, klar, ist es besser. Nicht, dass wir auf einmal irgendeine Schadenspitze kriegen und dann fetzen uns das einfach aus den Schuhen. Er haut uns aus dem Bildschirm. Richtig. Boom. Boom. Niemand mehr da, ey. Kraftwasser. Ey, bald kriege ich für alle Kraftwasser. Dann wird gefeiert, ey. Ey, dann ist das Spiel easy, ey. Jetzt friss. Hey. Friss, hab ich gesagt. Ist doch heute echt lange. Ja, weil er jetzt die ganze Zeit sich immer weg teleportiert und dann wieder da ist. So machen die Sachen keinen Schaden. Jetzt kommt er überhaupt nicht mehr. In Gottes Namen. Triss. Ja, sauber. Bäh. Oh, ich darf ihn nicht beschlagen. Ja. Was? Tut mir leid, ey. Der hat sich um 300 geheilt, weil ich so viel Schaden mache. Nein, der Typ hat sich geheilt. Ja, weil ich ihn geboxt habe. Nee, er hat sich auch so geheilt. Das ist aber nervig. Ja. Das ist erwartet von einem Lichtmonster. Mehr. Naja, dann bleibe ich einfach hinten und teile. So wie immer, hm? Ja. Oh, Mann. Fast so schlimm wie der scheiß Pflanzenbusse. Oh, der war auch schlimm. 40 Minuten hat er gedauert fast. Wie in der Sack. Ja, aber da waren wir auch noch nicht Dings. Na, stimmt. Da haben wir ja nicht gelevelt. Lass dich doch davon töten jetzt mal. Noch lange nicht, ey. Oh, oh. Gäser-Schuss. Plattform wegbrennen. Sollte uns jetzt aber nicht stören. Nicht wirklich. Ich halte die einfach wieder hoch, die Leute, ey. Und dann ist kein D-Mäh. Ey, miss. Miss. Stirb doch jetzt endlich. Er will nicht. Was um denn nicht? Er hat doch eh keine Chance. Hallo, ey. Wie soll er sich wehren auch so mit seinem Auge? Stell dir vor, das ist kaputt, ey. Dann kann er ja nichts mehr machen. Das Höllenviech fehlt auch noch, ey. Was für ein Höllenviech? Von diesem Gottesbiester. Dunkelheit. Ach, wir brauchen doch noch mehr. Aber es kommt eh zuletzt, also. Ach so, das kommt so oder so zum Schluss. In Gottes Namen, jetzt sei doch endlich tot. N-n. Nochmal! Prinny, hör doch auf. Es macht doch keinen Schaden. Ah! Oh, ihr habt's aber. Autsch. Hau mal zu, ey. Armageddon. Gott. Ich glaube, ich kann wieder schlagen. Auf seine Seite vielleicht, aber. Er auch nicht. Die Zauber sollten instans rausgehen. Ja, aber bei keinem Spiel gehen Zauber instans raus. Klar, instans Zauber immer. Spontan Zauber. Richtig. Kennst du das, den Fachbegriff? Nee, Unterbeschlechungszauber, noch besser. Das ist noch was anderes. Gefangener. Ach nein. Oh, jetzt sind wir gezappelt. Wir haben nur noch zwei Crowd. Ey, ich nicht. Wie, der hat jetzt zwei Tanken hintereinander gemacht? Nein, der ist tot. Ach so. Der will nur öfters explodieren. Hat irgendwie Bock. Ja. Okay, okay. Boots. Na, verdient er. Sieg. Sieg. Noch sechs, Beeilung. Wie, noch sechs? Hey. Ist das der falsche Speicherstand, oder was? Egal, das haben wir. Das kann nicht sein, weil wir waren das Level vorher noch gar nicht. Ja, keine Ahnung. Ich guck nach. Wie willst du nachgucken? In den alten Videos. Sollen wir das mal schnitten machen? Ja.